Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Zombie 3 vorstellen. Dieses wurde am 7.12.2018 von XT Video mit einer Limitierung von 333 Stück veröffentlicht. Als Cover haben wir hier die Variation A, links könnt ihr übrigens Cover B betrachten, sowie auch das Cover des wartierten Mediabuchs, welches zeitgleich von XT Video erschienen ist. Hier dann einmal der Buchrücken und die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenbilder, die Inhaltsangabe, die technischen Daten, sowie einen Hinweis auf die Limitierung. Als Extras bekommen wir hier zwei Audiokommentare, den deutschen, italienischen und internationalen Trailer, Originalwerbematerialien, sowie den italienischen Vor- und Abspann. Dann wollen wir jetzt einmal in das Ganze hineinschauen. Hier einmal die Blu-ray und einmal die DVD. Und hinter beiden sehen wir ein Szenenfoto. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 20-seitige Booklet mit einem Text von Christoph N. Kellerbach blättern, wo wir sehr viele interessante Infos über diesen Film erfahren dürfen, sowie auch über dessen Cast und Crew. Unterbrochen wird dieser interessante Text immer wieder durch Original-Szenenfotos, alternativen Plakatmotiven oder auch Ausgangsfotos. Dieser Film liegt dann auch hier zum ersten Mal in der ungekürzten Langfassung in HD vor und enthält erstmalig die komplett deutsche Synchronisation zu allen bislang fehlenden Stellen. Ursprünglich sollte Lucio Fulci auf den Philippinen die Fortsetzung des Genre-Klassikers Voodoo Die Schreckensinsel der Zombies drehen. Offiziell musste er aus gesundheitlichen Gründen die Dreharbeiten aber mittendrin unterbrechen. Und Bruno Matai beendete dann den Film. Wie gesagt, so die offizielle Aussage. Eine andere besagt allerdings, dass Fulci den Film komplett abgedreht hat. Aber der Produzent war zum einen mit dem Ergebnis nicht zufrieden und zum anderen war der Film wohl auch zu kurz und deshalb übernahm Matai dann den Film. Wenn man die Filme von Fulci und Matai kennt, lässt sich meiner Meinung nach schon sagen, wer von beiden was gedreht hat. So möchte ich behaupten, dass alles, was mit dem Death-One-Plot zu tun hat, also die Sache mit dem Wissenschaftler und der Armee, von Matai stammt. Und der Teil mit der kleinen Gruppe, die ums Überleben kämpft, dürfte wohl von Fulci stammen. Gerade weil diese Szenen etwas von Fulci-mäßiger Atmosphäre haben. Und auch die einzigen Szenen sind, wo sowas wie Atmosphäre aufkommt. Und so verwirrend es ist, wer bei diesem Film Regie geführt hat, so verwirrend ist auch die Covergestaltung des Films. Da Zombie 3 und Zombie 4 After Death immer mal wieder selbige tauschen, so werden die beiden Mediabuch-Cover von Zombie 3 auch für die DVD-Cover von Zombie 4 After Death genutzt. Kommen wir lieber einmal zum Inhalt dieses Filmes. Im Auftrag des Militärs wird ein neuer bakterieller Kampfstoff entwickelt. Doch es kommt zu einem tödlichen Zwischenfall und das Killer-Bakterium entweicht aus dem Hochsicherheitslabor. Die Versuche, die Bedrohung einzudämmen, schlagen fehl. Der Kampfstoff beginnt sich auszubreiten und die Toten aufzuwecken. In einem kleinen Touristenhotel verschanzen sich hilflose Urlauber vor den plötzlich erwachenden Zombies und ihren unstillbaren Hunger auf frisches Menschenfleisch. Gleichzeitig greift das Militär ein und macht auch vor den Überlebenden nicht halt. Nur wenige überleben die Attacke der gefräßigen Ungeheuer und schon bald stellt sich die Frage, ob es für den letzten Menschen überhaupt eine Rettung geben kann. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Lasst gerne auch ein Abo oder Like da und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.